Willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe mir überlegt, ich probiere jetzt einfach die Mission nochmal. Mir ist nämlich im Nachhinein... Das kennen wir ja. Was eingefallen? Hä? Äh, wieso kann ich jetzt nicht? Wollte er mich ein bisschen ärgern gerade? Ich möchte gerne die Mission spielen. Schauen Sie mal. Okay, er will mich ärgern. Probieren wir halt die andere. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Wir kommen unserer Erlösung immer näher. So, damit wir einen der Türme aktivieren können, müssen wir ihn betreten, wie die Besucher es tun. Sie müssen zu deren Sammelpunkt gehen. Infiltrieren Sie sie und sichern Sie den Code. Ich verlasse mich auf Sie, Commander. Enttäuschen Sie mich nicht. Mann, ich sehe immer noch Kirlins Gesicht. Ihre Augen. Und diesen leeren Blick. Entschuldigung. Ach, was soll's. Es muss weitergehen. Aber ich bin ehrlich zu Ihnen, Commander. Wir haben immer noch keine Informationen über diese Invasoren oder Besucher oder wie immer Sie sie nennen wollen. Nur eins weiß ich. Ihre Verstärkung werden Sie aus einem der Reliknoten bekommen. Die Eroberung ist aber ein Himmelfahrtskommando. Sehen Sie. Der nächste Reliknoten ist hier in Norditalien. Er wird gut bewacht. Sie müssten schon ein Geist sein, um da unbehelligt durchzukommen. Das Beste wäre wohl ein zweistufiger Angriff auf diese Alien-Stellungen. Aber ich bin ehrlich. Es wird verdammt schwer. Bäh, noch eine schwere Mission. Das mag ich ja. Cain will mit allen Mitteln in einen der Türme, die die Besucher errichteten. Sobald sie fertig sind, dienen diese riesigen Gebilde als interstellare Sprungbretter, die der Bruderschaft den Weg zu den Sternen ebnen. Der Schlüssel für unsere Zukunft ist ein Code, der in ein Kristallgitter, das entfernt an den Tacitus erinnert, eingebettet ist. Sie haben befehlt, in Italien einen Reliknoten in der Alien zu stürmen, um einen Schlüssel sicherzustellen. Laut unserer Sensoren befindet sich im Zielgebiet ein verlassenes Produktionsgebilde. Da wir kein schweres Gerät zur Verfügung stellen können, jepi, sollten Sie die Anlage als Stützpunkt nutzen, um eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Schleusen Sie dann einen Saboteur in den Reliknoten ein. Er kümmert sich um alles Weitere. Rechnen Sie mit heftigen Widerstand. Oh Gott. Ich hoffe, Kane weiß, was er tut. Mir gefällt's hier ganz und gar nicht. Du hast Kane verraten! Wir brauchen den Code. An die Arbeit. Schicken Sie einen Saboteur in die Relaisstation, um den Code-Schlüssel zu sichern. Neues Bonusziel. Zerstören Sie die Gravitation stabilisatoren auf der neuerlichen Anhöhe nicht schon wieder. Neues Bonusziel. Zerstören Sie die Stasekammer. Bau abgeschlossen. Zulich eine neue Bauoption. Bau aus. Ziemlich viele Bonusziele. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Bau aus. So, gleich mal eine Waffenfabrik. Und dann kommt die Kaserne, damit ich den Turm einnehmen kann. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Äh, zwei Sammler bitte. Die Kaserne. Äh, wir brauchen schon wieder. Dann ein Kraftwerk. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Ausbildung. Jetzt wird geerntet. Schirmt, die Tanksabbruderschaft vertraut. Bau abgeschlossen. Geheimdienstdaten ablassen. Das könnten wir brauchen. Bis jetzt ist es ja noch relativ ruhig, aber... Das wird wohl nicht lange anhalten. Ein MBF. Das bohren wir erstmal, das Ding. Ich frage mich gerade, ob ich schon Panzer bohren sollte eigentlich. Neue Bauoption. Ich wäre aber vermutlich sicherer als das, was ich jetzt gerade mache. Bau abgeschlossen. Oder ich baue erstmal eine lange Plattform. Wir brauchen keine Silos. Neue Bauoption. Ausbildung. Bauoption. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bau abgeschlossen. Bauoption. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Die Aliens sind nur zu ruhig bis jetzt. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Baue ich das jetzt zweimal? Oh Gott. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. So, jetzt dürfte ich die Stealth-Panzer bauen können. Sehr gut. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ich baue auf jeden Fall noch ein Kraftwerk. Uh, uh, die Kohle wird knapp. Bau abgeschlossen. Stealth-Panzer einsatzbereit. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Stealth-Panzer einsatzbereit. Bisher gar kein Angriff. Das ist verwunderlich. Allerdings müssen wir nur diesen Bereich hier verteidigen. Mit, äh, Geschützen. Hier oben kann ich ja noch Flugabwehr aufbauen. Aber naja. So, wir sollten dann demnächst auch die Aurora-Waffe bauen. Stealth-Panzer einsatzbereit. Bau aus. Erstmal noch Obelisken. Stealth-Panzer einsatzbereit. Soll ich die alle zerstören oder einnehmen? Erobern, zerstören, zerstören. Also drei erobern, Rest zerstören. Stealth-Panzer einsatzbereit. Bau aus. Problem ist... Problem ist... ...gleich... ...ist das debilend um alle und die müssten dann... ...hier rüberfahren. Uuuh. Uuuh. Tempel von Norddeen... ...dien... ...bauen wir mal. Bau abgeschlossen. Oh, da kommt welche. Stealth-Panzer einsatzbereit. Entweder warten die auf den Rest der Armee... ...ne, die wandern wohl nur hin und her. Stealth-Panzer einsatzbereit. Stealth-Panzer einsatzbereit. Ah, ich mag das gar nicht, wenn die jetzt... ...det Ding hier verlassen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Temperaturen ab. Auf der Prot opposed. ...der klang. Wir haben sie auf dem Radar. Tiberium, Tiberium. 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 Sammler wird angegriffen Aber nur von so einem Lulodge-Dingern Alles ruhig Roger Erfasse Ziel Einheit wird angegriffen Unser Stützpunkt wird angegriffen Schießen Sie los Wir haben Sie auf dem Radar Wehre nicht zielt Feuer Wir ziehen Sie nieder Auslöp Okay Arminifizieren Verstanden, wir greifen an Wehre nicht zielt Auslöp Läuft, würde ich mal sagen Los, nicht wieder den Sammler zerstören Wir haben Sie auf dem Radar Wir haben Sie Erfasse Ziel Feuer Alles klar Was ist das hier eigentlich? Wachsfußbeschleuniger Den hätte ich vielleicht stehen lassen sollen Zu spät Einheit befördert Bau abgeschossen Wenn im Gleiter bereit zum Abheben Verstanden Lass das Ding helle Verstanden Ja So, jetzt haben wir noch Endtun Wenn im Gleiter bereit zum Abheben Unser Stützpunkt wird angegriffen Und wir brauchen NRG So, kann ich diese Tibium-Chemien-Karfen-Fabrik Wo unten Ja Und Energie Dürfte auch ausweichen Sehr gut Unzureichende Mittel Ach, jetzt kommen sie auch noch von da Kann das sein, dass ich gerade ein Bonus-Ziel versaut habe War hier oben nicht auch nur drei Oder hier unten Drei Stück Okay, vielleicht doch nicht Bau abgeschlossen Silos benötigt So, drei kann ich nicht zerstören Verdammt Oh, die sind alle so Schön am Tibium gelegen Aber ich kann das Ding mal ausprobieren Unser Stützpunkt wird angegriffen Die GDI zieht Verstärkung heran, Commander Wut? GDI? Einheit verloben Verdammt Okay, dann brauchen wir mit Sicherheit einen Flugabwehr Ist mir neu, dass hier auch die GDI mitspielt Bau abgeschlossen Baut Unser Stützpunkt wird an die Hilfen Irgendwas gesehen? Leere mich zielen Na klar Wo hat denn die GDI bitte ihren Stützpunkt hier nebenan, oder was? Ah, da kommen doch auch Aliens vorbei Gibt ja gleich Silos benötigt Du kannst abschmatzen Ausbildung Stealthpanzereinsatz bereit Haben wir irgendwo noch Tiberium, wo ich das mal auszesten könnte? System check, okay Stealthpanzereinsatz bereit Ist alles leider mit Bonuszielen verbunden Stealthpanzereinsatz bereit Alles ruhig Verstanden Vertigo Verstanden Okay Bin gleich dort Ja Okay Roger Keine GDI Präsenz Keine GDI Präsenz Okay Stealthpanzereinsatz Wir haben irgendwas vor Ja Einheit wird angegriffen Einheit wird angeboten Einheit wird angeboten Nähere mit vielen Alles klar Das ist ja immer noch da Ja Ja Das ist ja immer noch da Neues Ziel erfasst Neues Ziel erfasst auf jeden Fall haben wir diese eine Basis schon mal gut Kleini macht nur noch das Kraftwerk ein paar einzelne Einheiten und Abwehrtürmer so jetzt kann ich wieder ein paar Venom Gleiter bauen und die Atombombe ist gleich fertig da unten ist ja auch noch was und dann platzieren wir die erstmal hier mittig sehr gut unser Stützpunkt wird angegriffen nö nö wenn im Gleiter bereit zum abheben wenn im Gleiter bereit zum abheben verdammt oh da lebt ja immer noch einer scheinbar ist dabei aber auch dass eh eine Dinge zerstört wurden da steht aber auch nicht einen übernehmen sondern alle drei das heißt jetzt brauche ich auch keine wenn im Gleiter bereit zum abheben probieren wir die Bombe nochmal aus wenn im Gleiter bereit zum abheben verdammt ich sehe da wieder nicht äh kotze 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 wenn im Gleiter bereit zum abheben wenn im Gleiter bereit zum abheben wenn im Gleiter bereit zum abheben verdammt das kann ich mir nicht leisten das sehe ich gerade und ich suche das gerade ganze Zeit dann würde ich sagen unser Stützpunkt wird angegriffen machen wir hier erstmal wieder ist ja kaput ein Folgenpäuschen Spitze ich bedanke mich bis dann hm 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 hm